Wir starten mit der Cuddle & Bubble von Chico. Diese Wanne ist für Säuglinge ab der Geburt und bis zu einem Alter von etwa 12 Monaten geeignet. Sie hat eine maximale Belastbarkeit von 11 Kilogramm und eine sehr angenehme ergonomische Form. Ein Stöpsel aus Gummi und eine Ablaufabdeckung sorgen für einen tropfreinen und einfach zu beendenden Badespaß. Des Weiteren hat die Babywanne auf halber Höhe des Gestells ein Ablagefach, um Windeln, Kleidung oder Cremes zu lagern. Auf einer Seite ist die Babywanne mit einem Handtuchhalter versehen. Die Wickeltischauflage ist kuschelig weich, um es dem Baby beim Windelwechseln so angenehm wie möglich zu machen. Zusätzlich ist sie mit einem weichen Reduzierkissen für Neugeborene ausgestattet. Das ist eine weiche Polsterung, die die Ablagefläche des Wickeltischs oder des Badesitzes verkleinert. Das sorgt dafür, dass sich Früh- oder Neugeborene sicherer und geborgener fühlen, sowie links und rechts besser geschützt sind. Sobald das Baby etwas größer ist, lässt sich das Reduzierkissen entfernen und die komplette Fläche des Wickeltisches oder Badesitzes verwenden.